Sir, da ist noch einer! Schießen Sie! Sieht nicht gut aus, Skipper. Sieht nicht gut aus für uns. Sowas will ich nicht hören, Kowalski. Aber die Berechnung, Schnauze! Schnell! In ein Gebüsch! Männer, los! Hier! Vaseline auftragen! So, und jetzt... Jetzt können wir weiter zum Skeft Tower. Chef, genau, du hattest noch Single Fire aktiv. Ich hab's doch gesehen, Private. Ich hab's doch gesehen. So, kurz... ...schauen, ob hier jemand sein Unwesen treibt. Oh! Tatsache! Leute, da ist jemand! Hier hinten ist auch noch einer. Okay, ich mach's. Okay, es ist nichts, hat er gesagt. Ich hab's gehört, mein kleiner Private. Da läuft er weiter. Skipper, was machen wir? Psst! Der Sportsfreund links ist immer noch da. Skipper! Skipper! Einen knall ich ab, Leute! Nein, Skipper, du bringst uns um! Ruhe! Kowalski! Kowalski! Chancen berechnen! Sieht nicht gut aus, Skipper! Sieht nicht gut aus für uns! Sowas will ich nicht hören, Kowalski! Aber die Berechnung hat Schnauze! Ich dachte, du kommst jetzt wieder mit 90% Gewinnchance für uns! Nein, Sir! Auf was war das, Herr Typ? Keine Ahnung, Skipper! Keine Ahnung, Skipper! Schieß, Skipper! Gib ihm! Oh, nein! Was für ein wildes Gefuchtel, Skipper! Schieß du doch mal, Alter! Private meine ich! Aber wir haben ihn noch erwischt, Männer! Wir haben ihn noch erwischt! Ja, mit einem Schuss! Amos! 23 Monits Schuss verbraucht! Und nur einen Hit gelandet! Und der hat auch gereicht! So, Leute! Wieder zum Skeftower! Wir müssen Skefs killen! Das ist unser Job! Unsere Mission! Hoffen wir, dass wir diesmal mehr Glück haben! Das hat mit Hoffnung nichts zu tun! Kleiner Private! Das ist Planung und Können! Stimmt's, Kowalski? Stimmt's, Sir? Kowalski, brechen unsere Chancen! Wir haben erstmal keine Ausdauer mehr, Sir! Ja, ich merk's! Wir müssen mehr laufen! Oh, rechts, Sir! Leute! Feuer auf uns! Sie haben uns gesehen, Sir! Wann darf ich eigentlich eine Waffe tragen, Skipper? Wenn du groß bist! Treffer! So! Der ist tot, Sir! So! Ja, Kowalski! Ich hab's gesehen! Jetzt noch sein anderer Kollege! Ach, das Gebüsch ist Fluch und Segen, Männer! Fluch und Segen! Kowalski! Ja, Sir! Chancen berechnen, wie immer! 50-50, Sir! Könnte gut für uns ausgehen! Vielleicht ist da ja... Vielleicht ist da weggerannt! Nein, da ist da so! Vor uns! 12 Uhr! Schießt! Trifft uns! Bisher keinen Skeff gesehen! Chef! Ja, Kowalski! Ich... Versteh das nicht! Normalerweise müssen die sich doch hier rumtreiben! Ja! Kowalski, wie hoch sind die Chancen, dass in den nächsten 5 Minuten Skeffs angetanzt kommen? Keine Ahnung, Sir! Keine Ahnung, Sir! Skeffs sind eigenwilliges Pack! Gut, Männer! Dann bleiben wir erstmal hier! Und warten, bis wir den ersten Skeff lachen hören! Ja, Skipper, das ist eine gute Idee! Immer schön im Gebüsch bleiben! Das finde ich gut! Ich weiß, dass dir das gefällt, kleiner Mann! Du hast ja auch schon die Windeln an! Ja, beim letzten Mal! Du weißt! Ich weiß! Lässt sich doch keine Sau blicken hier, Männer! Wollen wir mal looten? Oh! Oh! Spieler! Ein Spieler, Sir! Auf 11 Uhr! Ja, Kowalski! Ich hab ihn gesehen! Ruhig, Männer! Er will looten, da erschießen wir ihn! Das ist unser Loot! Sir, da ist noch einer! Schießen Sie! Nein! Hä? So, und dann mach mal hier kurz reingucken! Nee, hier ist nichts! Die Zehnten raus! Nein! Dann machen wir uns hier vorne raus! Nein! Alter! Mann! Hock da einer! Uh! Scheiße! Scheiße! Au! Ja! Level 45! So, komm mit! Die gehört uns! Oh ja! Vierer! Vierer! Amor Klasse 4! Ja, dann! So, dann können wir zum Ausgang eigentlich! Seine Knieschützer sind auf seine Schienbeine gerutscht! Aber nicht schlecht! Ich hoffe, jetzt sitzt hier nicht schon wieder einer in der Ecke alle! Mann! Das war... Das war komisch! Kennt ihr das? Man weiß, dass da was ist, was da nicht hingehört! Aber man realisiert es im ersten Moment nicht! Als dieser Typ dort gehockt hat... Ich dachte mir, Alter! Irgendwas stimmt hier nicht! Aber ich habe es irgendwie so schnell nicht kapiert! Oh, der drüben hat geschossen! Da will ich meinen Blick riskieren! Ich sehe nichts! Da weiß, wo die geschossen haben! Oh, da laufen zwei. Scheiße. Wie das denn? Oh, Mann. Oh, da hätte ich noch mal zwei Sekunden länger hingesehen, Alter. Scheiße. Mist.